In diesem YouTube-Video wird man Zeuge eines ganz besonderen Wiedersehens. Der Veteran Jason Boos aus Michigan trifft auf seine Militärhündin Sisi. Und obwohl sich die beiden fast zwei Jahre nicht gesehen haben, erkennt die Hündin ihr ehemaliges Herrchen sofort. Die Freude ist auf beiden Seiten riesig. Der Sergeant und der Spürhund waren fünf Jahre für die US-Army im Irak im Einsatz. 2002 musste Jason Boos das Militär wegen einer Verletzung verlassen und somit auch seine vierbeinige Kameradin. Doch nun geht Sisi in Rente und Jason Boos erhielt die Anfrage, ob er die Hündin haben wolle. Er zögerte nicht lange und so wurde Sisi, die mittlerweile in Frankfurt im Einsatz war, extra für ihn eingeflogen. Jason Boos sagt, sie musste ihr Leben lang arbeiten, jetzt darf sie entspannen. Jason Boop M Tsisi in Rente und Ansaison 10 Tage D easter Feel Korea haz D 2